Was geht Leute von heute? Willkommen hier zu einer weiteren Folge von Dragon Ball Xenon Wars. So, auf jeden Fall habe ich euch in der letzten Folge gezeigt, dass wir GGBG da eigentlich immer verloren haben. Aber ist jetzt auch egal, ich hatte ihn besiegt auf jeden Fall davor. Ich wollte euch nur zeigen, was ihr in der letzten Folge einfach verpasst habt. Und deswegen machen wir jetzt hier die nächste Zeitpatrouille weiter. So. Wie gesagt, besiegt hatten wir sie. Und jetzt schauen wir einfach mal, was hier jetzt passiert in der nächsten Folge. Jaja, das sagt er jetzt so leicht. Oh, das hört sich gut an, dass er nachkommt. Der will uns ja helfen, das ist so sehr schön. Oh, cool, was ist das denn? Eine Filmsequenz, wie geil. Ach du Scheiße, das geht ab. Oh, cool. Oh, cool. Und long last, the hour of my ascension has arrived. freu ich mich nicht zu früh noch sind wir ja da wir siegen alle gegner kein problem oder ist der finale kampf meine damen und herren meine Leute von heute der hat eine schöne Stadt zerstört ich bin jetzt jemand, der kontrolliert alles Zeit und alles Raum also dann, würdest du gerne für mich arbeiten? du kannst leben wie ein Gott alles was du immer willst, wird dir sein du bist kein Problem für mich, mein Freund das ist nämlich das, dass wir vorher überlegen sollen was du hier machen so, der finale Kampf Leute von heute und den werden wir auf jeden Fall gewinnen so, hier ah, der ist schon krass oh so, da hast du oh nein krank krank wacher auf nein so explorierte das denn packen? Nein, also habe ich keine Chance. Komm her! Was? Oh! Okay. Ja, nicht schlecht, Trunks, aber tut mir leid. Oh, das gibt's doch nicht, Leute, von heute. Alter, finale Kampf und wir losen gleich. Ich lose gleich bei erstmal. Gleich nochmal. Gleich das Ganze nochmal. Das gibt es hier nicht bei uns. Ja, das überspringen wir. So, hier, Lions auf die Ome her. Naja, komm her, die Migra. Oh, jetzt bin ich sauer. Ohne Witz. Das gibt's doch nicht. Komm her. Komm her. Ich hab hier was für dich. Bitte. Ist das dein Ernst? Ich hab hier was für dich. Ich hab hier was für dich. Ah. Komm her. Ja, der hat gesagt. Oh, I'm fine. ich muss zwangs schnell besiegen Naja, dann haben wir keine Chance. Wenn die hier... Komm schon, Schwalz, wir müssen wieder zur Sendung kommen hier Na, da konnte ich nicht mehr mithalten Und gleich noch ein Nachsatz, komm. Oh, was? Was? Komm schon. Oh, der hat Toki-Toki-Schlag ganz viel was angetan hier, Leute. Aber. Den ersten haben wir gleich. Oh, was? Ah, wie ist es haben wir noch erwischt? Ah, das gibt's nicht. Das war's. Ich hab hier keine Chance, Alter. Wir gehen einfach mal zu zweit sind, ne? Verdammt, schweine, ey. Und noch untersteigen bin ich auch noch. Ja. Das gibt's doch nicht. Jetzt reicht's aber hier. Was? Oh, was? Mal schon. Jetzt haben wir ihn gleich. Wir haben ihn gleich. No, das kann doch nicht wahr sein. Endlich. Bitteschön. Du verdammter. Hier, und nimm das noch. Hast du ein Glück, Alter. Nein. Komm schon. Oh, der Dämonengott ist echt heftig, Alter. Und jetzt raus. Dämonengott ist echt heftig. Und jetzt geht's. Ja, verdammt. Komm schon, durchhalten. So. Und jetzt machen wir denen ein Ende. Hier. Tschüss. Jawohl, der hat gesessen. Ende im Gelände mit dem. Wo ist er hin? Nein. Komm schon, komm schon, werde ich dagegen, komm schon. Jawohl. So, jetzt aber, jetzt gehen wir ihn endlich wieder. So, zack. Vergiss es, die Mäden, den Mond. Hängen wir mit mir. Jetzt ist flotten los, den. So, jetzt bin ich sauer. Oh Mann, das ist ja... Oh. Alter, was? Eine Energiekapsel haben wir noch. Jetzt durchhalten, angesagt, Leute. Jawohl, geschafft. Ach, Sokoku, yeah. Zu zweit schaffen wir das. So, wir laden uns auf. Und dann kriegt er endgültig den Rest. Danke. Oh. Scheiße. Okay, das war jetzt die letzte Energiekarte. Jetzt muss es funktionieren. Jetzt muss es funktionieren. Nein. Nein. Ko, 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 Ko. Oh. Alter. Voll eins in die... So. So. Und los. Und los. So. So. Oh, tschüss. Ja, wir haben ihn. Das war's. Ende im Gelände mit dem Typen. Ah, nein. Ich wusste, dass noch nicht vorbei ist. Aber das war ja klar. Okay, hin da her. Alles klar. Zurück zum Zeitnest. Ja, warum dieses Rauschen da drin ist, weiß ich auch nicht. Okay, Leute. Aber das große Finale gibt es dann in der allerletzten nächsten Folge. Ich hoffe, diese hat euch gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Argumentiert, kommentiert, kritisiert. Bis zum nächsten Mal. Euer Nordi. Ciao. Peace.